Musik 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 Einen Moment, es war ja sonst nichts bemerkenswertes mehr dabei, aber nicht vergessen, wir sollten mal eine Runde skillen. Mal schauen, wo wir eventuell noch was reinstecken können. Ich würde ehrlich gesagt gerne die Startaufstellung etwas optimaler gestalten und nicht nur so... Ah, ja, das ist, ne? Äh, das Torboto kann erneut, also, blablabla, nö. Äh, wo ist denn das eigentlich? Es war... Hier, Taktik. Ah, da fehlen drei Runen. Da fehlen drei Runen der Macht, ah, so'n Scheiß. Äh, ja, gut, äh... Äh, äh... Verkaufspreis von Gegenständen 50%, ist auch nicht schlecht. Verringert Moralabzug bei intoleranten Truppen, ja, auch nicht schlecht. Erfahrung plus 20%, äh, blablabla, schnell zu lernen, bei Kämpfen mehr Erfahrung zu sammeln, der Intellekt wird ebenfalls erhöht. Puh, ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. So, bringe bis zu sechs Truppen zum Überlaufen, über ca. 8% Truppen zu desertieren. Von desertierten Truppen gewonnen Erfahrung. 100%. Ja, ist schön. Äh, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Ich muss mal eben schauen. Bis zu 10% des Abortomanos wird hergestellt. Der gesamte Widerstand gegen Magie schreibt. Das Ziel wird um vier verringert Zauber ignorieren, außerdem blablabla. Das ist ja auf jeden Fall eine Möglichkeit, dann natürlich das da. Wobei da fehlen, ach, 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 da fehlen zwei Magie, äh, Magierunen. Das ist, das ist dämlich. Das ist, das ist kacke. Magier auf Beschwörung specialisiert sind, ja, bin ich eigentlich. Kontrolle, bloß 90% der Führerschaft und möglichst viel in der Armee zu bleiben, allerdings nur, wenn sich Einheiten des selben Typs in der Armee befinden. Ja, ich glaube, ich würde es gerne mal probieren. Naja. Nur mal, nur mal aus Spaß an der Freude. Plus eine Initiativen, Angriffe, Bogenschützen, die Kunst... Ja, kann ich eh nicht lernen, aber trotzdem. Die Kunst der Voraussicht ermöglicht es, deine Truppen zuerst anzugreifen. Dadurch erleiden sie wenige Schaden und deine Bogenschützen verweilgen die Feinde mit einer einzigen Salve. Auch nicht schlecht. Feinde die Truppen werden ihren ersten Zug mit einer Chance von 20% verlieren. Erstelle eine zweite Falle, bevor der Kampf beginnt. Tja. Kann man das machen? Aber mit einer Chance von 20%, da bin ich mir ehrlich gesagt wirklich nicht sicher. Achso, das ist das mit dem Überlaufen. Ja gut, komm. Dann soll es genug gewesen sein. Äh, wo ist er denn, der alte Drecksack? So, warte mal. Ich speichere hier, aber ich speichere da drüber. So. Hallo. Ich, äh, hab bevor, äh, hab bevor dich, äh, platt zu machen. Sepple, du alte Pottsau. So. Oh, wir brauchen... Wir haben... Keine Mana. Nicht genug Mana. Okay. Dann lass uns die mal eben so hinstellen. Äh, die hier bleiben mal außen. So. Auf in den Kampf würde ich sagen, ne? So. Gleich erst mal... Äh, gleich erst mal folgendes. Äh, Wut haben wir nicht genug. Wut haben wir nicht genug. Hup, 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 hup. Ist aber gut. So. Wir müssen mal eben schauen. Schmerzspiegel? Nein. Schöpfung? Äh, die gesammelte... Hup, 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 hup. Warte mal. Geht das? Auf meinen... Ja, natürlich. Auf dem Dämonologen geht es nicht. Äh, das ist zum Verzweifeln. So. Äh, welche... Warte mal. Ähm... Kosten bis zu 15 Mana. Giftschädel... Da würde ich sagen, wir... Verstecken. Wo ist es denn eigentlich? Ich such gerade... Äh, 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 das Verstecken. Ob es das Verstecken versteckt oder was? Wir könnten natürlich auch ehrlich gesagt ein Dämonenportal aufmachen. Gehen wir auch. So. Kann ich da vorne... Äh, warte mal. Kann ich da vorne was spawnen? Ah, ne. Okay. Da muss die Kreatur erstmal rauskommen. Äh, können wir machen. So. Ne, weißt du was? Die stellen wir hier hin. Und dann tauschen wir beispielsweise... Ich weiß es nicht. Wo sind denn hier die meisten Ingenieure? Hier mit 98. Da haben wir... Oh, da haben wir noch Riesen. Die brauchen kräftig aufs Maul. Deswegen gleich mal die Schlangen dahin. Gut. Jawoll. Dämonen hier hin. Klappt doch schon mal perfekt soweit. Oh, jetzt ist er erstmal dran. Ah, ich sehe gerade meine Bogenschützen zu den Schafen verwandelt worden. Hä? Hä? Äh. 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 Ja. Ich weiß gar nicht. Wollen wir die... Kriegen wir das hier so hin, dass... Pfff. 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 Ja. Da geht halt was drauf, ne? Einer oder so. Oh. Keiner. Dafür sterben wir eine Menge Bogenschützen. Die muss ich gleich mal noch entzaubern von einem Feuer-Debuff. Ne. Ihr könnt werfen, obwohl ihr von Nahkämpfern umgeben seid. Willst du mich verarschen? Das ist nicht wahr. So. Wenigstens auch kein Mana mehr. So. Magistusi Blatt. Da haben wir dann auch unsere... Ja, ne. Schafe laufen. Was hätt ich wohin? Das ist ne... Äh. Absolut. Geniale Ideen. Wirklich. Muss ich nur sagen. Äh. Okay. Machen wir erstmal ne Ork-Schild. So. Wumsti Wumsti. Wumsti. Magen wir... Magen wir die da weg, hä? So nämlich. So. Natürlich müssen wir direkt weiter zaubern. Wir dürfen hier nicht aufhören. Beziehungsweise... Magen wir mal schaden auf die Kanoniere hier. Und die Bogenschützen werden damit geheilt. Wenigstens etwas. Jawohl. Jetzt ist lab. Oh je ne. Ich weiß gar nicht... Kann man äh. Okay, das weiß ich jetzt nicht. Deswegen begebe ich mich mal mit denen. Hätte ich gesagt hier hin. Und Tiere hier hin. So. Jetzt sind wir. Okay, es geht also. Sehr schön. Uuuuh die normalen Zwerge. Oh je. Das sind die Vorarbeiter. Aber ich habe halt wesentlich mehr Wölfe. Von daher sind beide Seiten eigentlich bis jetzt nur die Mitte. Die Mitte, die ist noch so gänzlich, ähm, ja, unbeeindruckt von unserer armeetechnischen Stärke. Das finde ich jetzt gerade so ein bisschen blöd. Die können da wunderbar auf unsere Fernkämpfer schießen. Wenn ich mich nicht scheunig drum kümmere. Deswegen erstmal die Ingenieure da weg. Jawoll, Dämonen. Nein, 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 lass die Riesen nicht alleine. Nein, 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 nicht die Riesen hier, ne? So, Magama, Dämonen, kommst du? Was kriegen wir? Ah, Cerberi. Boah, ich hoffe mal. Achso, ich muss gleich noch. Ah, hör auf zu brennen, Alter, meine Fresse. Ey, es ist zu Mäusen, irgendwann. Wenn du auf die Cerberi schießt, interessiert es dir, ehrlich gesagt, nicht den Bowler. So, äh, entfällt alle Objekte nicht entfernt werden. Einfüllen, verbrennen, blut und vergiftung. So, was haben wir hier? Ja, verbrennen, natürlich. War ja klar. Pass auf, die hier kriegen mal eben Rächer. So, das war schon mal Nummer Uno. Ja, komm, wir haken hier weiter hier in die Kanoniere. Und machen mal die Roboter da weg. Boah. Ich weiß, ihr schimpft mit mir. Innerlich kocht ihr. Wie kannst du, wie kann er es wagen? Das sind die ganzen... Ja, ich mag Fireball. Aber, ähm, ja, nochmal auf die Bogenschützen, aber das bezahlen sie mit ihrem Leben. Ach, weißt du was, das ist mir Ehrlichkeit sowas von egal. Rein auf die Riesen. Ich kaufe mir einfach neue Bogenschützen. Ich hoffe, es gibt doch welche. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft.